Digitalisierung als Game Changer, auch so eine Floskel, die ja überall um sich greift, aber sie trifft wahrscheinlich in wenigen Branchen so dramatisch zu wie für uns im Gesundheitswesen. Das hat im Grunde auch schon jetzt Corona gezeigt, dass viel mehr digital möglich ist und auch möglich sein wird, wie wir uns das heute vorstellen können. Das gilt insbesondere eben in der Gesundheitsversorgung. Vom Arzt, der digital sich zuschalten kann, über Befunde, die digital ausgetauscht werden können, über Online-Therapie, über Online-Visiten, aber auch nachher künstliche Intelligenz, die radiologische Bilder befundet, etc. Da sind so viele Anwendungsmöglichkeiten, neue Ideen möglich. Plattformökonomie ist ein Gedanke, der auch im Gesundheitswesen, in der Digitalisierung um sich greifen wird. Und wenn wir über Digitalisierung reden, meinen wir nicht, statt Faxen jetzt E-Mailen, bitte nicht, sondern wir meinen wirklich vollständig auch teilweise digitalisierte Behandlungsprozesse. Es gibt Länder, da gibt es schon digitale Kliniken, wo Teilprozesse auf digitale Kontakte umgestellt worden sind, wo Variables eingebunden sind, die automatisch Rückmeldung geben, ob der Patienten sozusagen sich bewegt oder nicht bewegt, etc. pp. Also die Digitalisierung wird auch für das Gesundheitswesen sowie für viele andere Branchen auch dramatisch einschneidende Folgen haben. Davon sind wir überzeugt.